Sierra-Puddies Teil 1 War das nicht im anderen die letzte Map? Ähm, das sind sowieso glaube ich keine festen Reihenfolgen Ja, der pandemische Modus, ich freue mich schon, ich bin ein Rekrut Das ist geiler als mit dem anderen Scheiß Nein, ich nehme Ash, wie üblich Ich habe schon überlegt, ob ich Fika oder so übernehmen soll Ich habe mich schon gefragt, ob eine Betäubungsgranate wirklich jetzt irgendwas bringt, ehrlich gesagt Weil Doc mit der Spritze ist so irgendwie ganz nett, aber es ist auch irgendwie nicht so arg viel Ich rüber dich auch gerade, ob ich irgendwen anders mal nehmen soll, aber Ja gut, da wäre Fika ja vielleicht echt nicht schlecht, um uns alle mal aufzuheben, falls wir mal alle liegen oder so, ne? Ja eben, oder Bug Ja, Bug hatten wir ja sowieso, ne? Aber einer sollte Fika vielleicht sein Mir ist egal, such dir ein Haus Dann nehme ich sie mal, ja Okay, dann nehme ich Bug mal Liner ist unnötig wahrscheinlich, ne? Nein, nicht unnötig, aber Du kannst ja auch nehmen, wenn du das Nein, ichFrank Keine Experimente eher Ja, allein ist nicht so nötig, weil man sieht es auch so, ne? Eigentlich, ja Resort hoch 최 vulner Kerzen gibt das niemarrige Punkte und schauf die Rekrutote Was? Keine Willkommission? Wir wissen nicht, wie sie denken. Bleib auf alerte. Die 6 ist es, nicht das G. Ja, das sieht aber aus wie ein G. Das ist vollkommen richtig, das ist wirklich... Da ist einer. Vielleicht soll man auch ein bisschen mit der Munition sparsam sein, weil es ja auch mehr wohl sind und so. Ja. Und streckenweise war es ja schon echt knapp mit der Munition. Okay. Ach, das hier war das okay. Weiß ich, dass wir die mehreren Sprengladungen anbringen müssten oder so? Diese Ranken sprengen, ja. Wir werden so viel verteidigen. Oh, vorsichtig, das Haus. Ist der tot? Ja. Ich geh mal rein. Nein! Ich geh mal Granate auf hier. Take what you need. I'll cover you. Okay. Kannst du reinkommen, Mark? Oder ist nach hinten noch was los? Kannst du auch die Tür nach außen zu machen oder so hinter uns? Okay, das sieht doch gut aus hier. Hier gibt's Helf und Wände. Hier sollten wir vielleicht erstmal die Wände... Ja gut, helfe ich mir jetzt mal noch zurück. Ich hab noch 48. Ja, mit 48 würde ich schon mal nehmen, ne? Ja, stimmt, das können wir mehr, ne? Ich hab noch 91, das ist eher... Ich hab noch einen Tag. Eine kann ich hier auch mal setzen. Ich find die Wände toll. So. Zack, 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 stehen sie. Aber das sind hier gar nicht die... Wo müssen wir denn die Landung planten? Das ist da hinten irgendwo, ne? Ähm... Nein. Ach, wir sind Experten auf unserem Gebiet, ja? Wir dürfen aber auch kein mehr ziehen, dass wir die Map schon mal hatten, ne? Ah, hier kommt die hinten durch, was? Irgendjemand hat mich angeschossen. Oh, der hat mich angesehen! Das war ich, weil du mit dem Schusswagen rannt bist. Da kommt einer. Ja? Da müssen wir echt noch mal vollstiger werden. Da müssen wir echt noch mal vollstiger werden. Da müssen wir erst mal hier fortifyen. Da müssen wir erst mal hier fortifyen. Changing mags! Nice to see, we're kept well supplied. Anything missing? This will keep them busy. Refill here! Die haben Bad Roman an der Wand. Ja. Ah, hier kann man da durchgucken. Ist auch geil. Deutsche Synchro haben wir zwar, aber manche labern immer noch eigentlich. Schnauze. Okay, soll ich anbringen? Ne, noch nicht. Warte, hier sind noch welche. Die wollte ich erst wegholen. Aber jetzt kommt es eh genug. Ich mach mal hier noch eben schon die Wände zu. Ja, wir können, können wir nicht, ne? Ne, ich hab keine mehr. Okay, ich wäre ready for take-off. Okay. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das weitergeht. Okay. Hold up. I've got heat signatures. Moving in fast. You've got inbound. Protect the charge. I'm reloading. Ja. Ah. Bei mir haben die Urlaub hier. Rein. WROCK! ain't 시간 hinzu. They montert. Ja. Deoria. RELOADING 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 RELOADING